Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, ich darf zu Beginn auch namens der CDU-CSU-Bundestagsfraktion den Mitgliedern des unabhängigen Expertenkreises von ganzem Herzen danken für die Erarbeitung und die Vorlage dieses äußerst interessanten, einblickgebenden und instruktiven Berichtes. Dieser Bericht ist eine umfassende und dezaillierte Bestandsaufnahme auf über 300 Seiten und ich darf auch für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion zusagen, dass dieser Bericht über die heutige Debatte hinaus für uns auch in die nächste Legislaturperiode hinein ein wichtiger Rat und Hinweisgeber sein wird. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir können mit Selbstbewusstsein feststellen, dass Deutschland ein modernes, freies, weltoffenes und plurales Land ist und auch wenn ich der festen Überzeugung bin, dass es falsch wäre zu behaupten, dass in der Breite der deutschen Gesellschaft Antisemitismus verbreitet ist, dann müssen wir doch konstatieren, dass sich Antisemitismus in allen gesellschaftlichen Schichten wiederfindet, insbesondere aber am rechtsextremen und, sehr verehrte Frau Kollegin Pau, auch am linksextremen Rand. Die Bekämpfung und die Zurückdrängung des Antisemitismus ist eine Daueraufgabe für unsere Gesellschaft und ich bin auch der festen Überzeugung, dass jeder von uns, egal wo er Verantwortung trägt, es den rund 200.000 Mitbürgerinnen und Mitbürgern jüdischen Glaubens, aber auch unserem Land insgesamt, schuldig ist an jeder Stelle gegen rassistische Ressentiments, gegen Vorurteile gegenüber Juden einzutreten. Meine sehr verehrten Kollegen und Kollegen, der Bericht, den wir heute debattieren, zeigt positive wie negative Aspekte auf. Ein durchaus erfreulicher Aspekt ist, dass der Antisemitismus in den letzten 15 Jahren insgesamt in Deutschland rückläufig ist. Insbesondere der sogenannte klassische Antisemitismus findet sich im Jahr 2016 bei 6 Prozent der Bevölkerung, im Jahr 2002 war es noch bei 9 Prozent der deutschen Bevölkerung vorhanden. Erfreulich ist auch, dass es durchaus rückläufige Tendenzen beim sogenannten sekundären Antisemitismus gibt. Ich möchte aber doch ausdrücklich betonen, dass es uns keinesfalls zufriedenstellen kann, dass nach wie vor 26 Prozent der deutschen Bürgerinnen und Bürger der Aussage zustimmen, dass die Juden, ich zitiere, ihre Position als Verfolgte ausnutzen würden. Am stärksten ausgeprägt ist der sogenannte israelbezogene Antisemitismus. Bei 40 Prozent unserer Bevölkerung ist er vorhanden. Ich möchte auch ausdrücklich betonen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, dass es natürlich legitim ist und auch legitim sein muss, Kritik an der israelischen Regierung zu üben. Aber wenn diese Kritik als Deckmantel fungiert, um einen antisemitischen Bezug herzustellen, darf dies nicht akzeptiert werden und ist dies nicht hinnehmbar. Es ist durchaus erfreulich, dass wir einen Rückgang des Antisemitismus in der älteren Bevölkerung feststellen. Es sollte uns aber mit Sorge erfüllen, dass der Antisemitismus in der jüngeren Bevölkerung nach wie vor stagniert. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich komme zu antisemitischen Straf- und Gewalttaten. Diese sind nach wie vor, das möchte ich auch in aller Deutlichkeit betonen, viel zu hoch. Es gab nach offizieller Statistik im Jahr 2016 1.468 antisemitische Straftaten. Das ist zwar unter dem Durchschnitt der Straftaten seit dem Jahr 2001, aber, und das sollte uns auch mit Sorge erfüllen, über dem Durchschnitt der antisemitischen Straftaten seit 2010. Es gibt zwar einen Rückgang bei den antisemitischen Gewalttaten. Im vergangenen Jahr waren es 34. Und nur in den Jahren 2001 und 2011 waren es in Deutschland weniger. Wir dürfen uns aber, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, nicht blenden lassen. Im Durchschnitt vier antisemitische Straftaten am Tag und im Durchschnitt drei antisemitische Gewalttaten im Monat sind deutlich zu viel. Ich sage dies auch vor dem Hintergrund, dass dies nur die offiziellen Zahlen sind. Und zu befürchten ist, dass das Dunkelfeld weitaus höher ist, weil nicht jede Straftat angezeigt wird in diesem Bereich. Eine besondere Zuwendung muss aus meiner Sicht der Antisemitismus unter Migranten erfahren. Um hier auch deutlich zu sagen, wir sollten uns vor jedweder Pauschalierung und Generalisierung hüten. Aber es ist doch auch im Lichte dieses Berichts als besorgniserregend festzustellen, dass überdurchschnittlich viele Migranten mit arabischem Hintergrund und aus nordafrikanischen Ländern zu Antisemitismus neigen. Wir dürfen es, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, nicht zulassen, dass antisemitische Stereotypen und Verschwörungstheorien massenhaft nach Deutschland importiert werden. Hier muss auch die Prävention ansetzen. Und ich sehe dies auch ausdrücklich als eine Aufgabe der Islamverbände und der Muslimvereine. Aus meiner Sicht muss es auch ein zentraler Bestandteil der Integrationskurse für nach Deutschland kommende Migranten sein, dass in diesen Integrationskursen dem Thema Kampf gegen den Antisemitismus ein großer Stellenwert beigemessen wird. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, besonders besorgniserregend empfinde ich im Lichte dieses aktuellen Berichts die Gemütslage unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger jüdischen Glaubens. 83 Prozent der Befragten befürchten, dass der Antisemitismus in den nächsten Jahren etwas oder stark zunehmen wird. Über die Hälfte unserer jüdischen Mitbürger hat die Sorge, in den kommenden zwölf Monaten Opfer versteckter Andeutung oder direkter verbaler Beleidigung zu werden und sage und schreibe 37 Prozent unserer jüdischen Mitbürger befürchten Opfer eines körperlichen Angriffs zu werden. Wir müssen diese Sorgen sehr, sehr ernst nehmen. Dieses Klima der Verunsicherung dürfen wir nicht hinnehmen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, Der Kampf gegen den Antisemitismus ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe, sowohl der Regierungen, des Bundes als auch der Länder, der Politik insgesamt, der Medien, der Schulen, der Universitäten, anderer Bildungsträger, aber natürlich auch der Vereine und auch der Parteien. Ich nehme es schon sehr ernst, dass der unabhängige Expertenkreis in seinem Bericht als Handlungsempfehlungen insbesondere auch die AfD als Adressat sieht, aber auch die Linke, wenn es darum geht, auch darauf hinzuwirken, in ihren Kreisen auch antisemitische Ressentiments zu bekämpfen und darauf hinzuwirken, dass diese sich nicht weiter ausbreiten. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es gibt viel zu tun, und ich möchte noch einmal ausdrücklich betonen, dass der Bericht, den wir heute debattieren, sowohl Licht als auch Schatten aufweist. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht nachlassen dürfen, in unseren Bestrebungen, in unseren Anstrengungen Antisemitismus in Deutschland deutlich zurückzudrängen. Dies wird auch für die nächste Legislaturperiode ein hoher Stellenwert der CDU, CSU-Bundestagsfraktion sein. Ich glaube, dass insbesondere den Themen der Aufklärung, der Wissensvermittlung in den Schulen, Vereinen und Integrationskursen auch eine Schlüsselfunktion zukommt. Und wir sehen, und das sage ich abschließend, in diesem Bericht durchaus Fortschritte und positive Entwicklungen, die es aus meiner Sicht zu würdigen gilt, die aber auch als Ansporn gelten müssen für einen weiteren Einsatz gegen nach wie vor bestehenden Antisemitismus und drohende Negativentwicklungen. Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich erteile das Wort nun der Kollegin Gabriele Vograscher für die SPD-Fraktion.